Los geht's mit einer neuen Ausgabe Bon Weekend präsentiert von der Societe Generale. Ich bin Sebastian Hoffmann von Prime Guants und bevor wir starten, schnell noch die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich die Meinung von Prime Guants wieder. Ja, da ist der DAX heute im wahrsten Sinn des Wortes ins Sommerloch gefallen und damit sind wir auch gleich beim ersten Aspekt, den ich heute unbedingt ansprechen möchte. Es geht nämlich um die Saisonalität und genau genommen um die beiden schwachen Börsenmonate August und September. Schön zu sehen hier im Seasonal Chart, der den typischen Jahresverlauf im DAX zeigt. Aus statistischer Sicht sind wir nun also mittendrin in der berühmten Sommerdelle, die ihren Tiefpunkt normalerweise auch erst kurz vor dem September Ultimo findet. Das Ganze können wir auch noch mit ein paar Zahlen untermauern, denn im Schnitt geht es für den DAX Performance Index im August 2,19 und im September sogar 2,3% nach unten. Heißt also, wir befinden uns aktuell in der statistisch schwächsten Phase des Jahres. Interessant dabei und dafür wechseln wir nochmal schnell auf eine etwas genauere Darstellung. Hier in Tabellenform ist die Tatsache, dass bisher nur die Hälfte aller Augustmonate positiv ausfiel. Im September sieht es sogar noch schlechter aus, denn hier konnten in lediglich 43% der Fälle, also in 13 von 30 Jahren, eine positive Entwicklung erzielt werden. Das Wissen nehmen wir jetzt mal mit in die Chartanalyse, wobei wir hier direkt zum zweiten wichtigen Punkt auf meinem Zettel kommen und das ist die sogenannte 200-Tage-Linie, die dem DAX zuletzt den Weg nach oben versperrte. Auch dazu kurz ein paar Basics. Wie wird die 200-Tage-Linie berechnet? Ganz einfach, wie der Name schon sagt, wird aus den Schlusskursen der vergangenen 200 Handelstage ein Durchschnittskurs erstellt. Dieser wird dann fortlaufend berechnet, daher die Bezeichnung gleitend, wodurch man einen geglätteten Kursverlauf erhält, der grob den Jahrestrend widerspiegeln soll. Zu Recht kann man jetzt bemängeln, dass ein Börsenjahr aber in der Regel über rund 250 Handelstage verfügt. Das war jedoch nicht immer so. Zudem erscheint die Zahl 200 griffiger, was wohl auch dazu beigetragen haben dürfte, dass die 200-Tage-Linie einer der meistgenutzten Indikatoren ist und auch gerne als breiter Trendfilter verwendet wird. Lange Rede, kurzer Sinn, befinden sich die Kurse über dem GD200, spricht man von einem auf, darunter entsprechend von einem Abwärtstrend. Der DAX notiert momentan unter seiner 200-Tage-Linie also im Abwärtstrend und damit haben wir auch schon im Bereich von 12.750 Punkten den ersten relevanten Widerstand vorliegen. Auf der Gegenseite stützte im Wochenverlauf zunächst die Marke von 12.600 Zählern, diese wurde jedoch heute unterboten, also auch in einen Widerstand gewandelt, weshalb es direkt zu einem erneuten Test des Märzhochs gekommen ist. Bleiben wir aber zunächst auf der Oberseite. Wann wird es wieder bullish? Ja, streng genommen müsste der DAX nicht nur über den GD200 klettern, sondern auch das Juli-Hoch bei 12.887 überbieten. Die Kurse müssten also in den Juli-Aufwärtstrendkanal zurückkehren, dessen untere Begrenzung in den vergangenen Handelstagen ebenfalls bremsend wirkte. Gelingt das Kunststück, würde sich das Chartbild oberhalb von 13.000 Punkten weiter aufhellen. So weit, so gut, jetzt kommt das große Aber. Rutscht der DAX nun klar unter 12.460 Punkte ab, dann müssen wir mal schauen, wo wir heute nun tatsächlich ins Wochenende gehen. Wäre sogar ein erneuter Rücksetzer bis zur oberen Begrenzung der noch offenen Kurslücke vom 5. April bei 12.100 möglich. Und Kurse auf diesem Niveau müsste man dann durchaus kritisch sehen, da unterhalb von 12.280, 12.250 Punkten erstens ein größeres Dreieck negativ aufgelöst werden könnte und zweitens ein Gap Close und damit ein Test von 12.000 Punkten droht. Angesichts der schwachen Saisonalität, Kursen im Abwärtstrend und einem möglicherweise negativ aufgelösten Dreieck, müsste dann die 12.000er Schwelle genau beobachtet werden, zumal es darunter dann theoretisch noch einmal bis zum Jahrestief zurückgehen könnte. Wer im DAX gerne aktiv werden möchte, der kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future Long mit der WKN ST0 BLD tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,72 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man unter anderem mit einem Mini-Future Short aktiv werden, mit der WKN SC642V. Die Scheine verfügen über eine Hebelwirkung von 7,6 und laufen ebenfalls endlos. Abschließend noch schnell ein Blick auf die Highlights in der kommenden Woche und da dürfte neben der Entwicklung im Handelsstreit und einigen Unternehmensdaten aus der zweiten und dritten Reihe vor allem der Dienstag interessant werden, denn da erwarten wir unter anderem Zahlen von RWE und einige Daten zur Konjunktur, beispielsweise vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, um 11 Uhr. Bleibt mir noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut!